Moin und hallo zu einem neuen Video hier auf LiveMouseMedia und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr auf eurem Windows-PC, auf dem mehrere Benutzer angelegt sind, immer automatisch einen favorisierten Benutzer anmelden könnt. Das Ganze vollautomatisch und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Unsere erste und auch letzte Amtshandlung führt uns in die Systemsteuerung. Dazu müssen wir als erstes mal hier das Startmenü öffnen und gehen in der Suchzeile netplwiz ein, bestätigen das Ganze mit einem Tastendruck auf Enter und erhalten dieses Fenster hier. Hier können wir jetzt verschiedene Benutzer sehen, zum Beispiel hier einmal die Heimnetzwerkgruppe, die ist auf diesem PC als eigener Nutzer angelegt und darunter nochmal den Nutzer LiveMagnus und nochmal einen Testaccount LiveMagnusMedia. Die beiden unteren Accounts, das sind diese Accounts, die mir beim Start, wenn ich mich mal anmelden möchte, angezeigt werden und ich möchte jetzt einfach umgehen, dass ich diese Wahl habe. Ich möchte nämlich immer beim Start automatisch auf LiveMagnus angemeldet werden und das geht ganz einfach. Ihr wählt einfach den entsprechenden Nutzer an, den ihr haben wollt, der standardmäßig immer angemeldet werden soll. Dann entfernt ihr hier entsprechend das Häkchen, klickt auf Übernehmen, müsst jetzt eventuell das Passwort eingeben. Wenn ihr keins vergeben habt, könnt ihr das Ganze freilassen und solltet ihr eins vergeben haben, müsst ihr das natürlich nochmal bestätigen. Dann klickt ihr auf OK, bestätigt nochmal das normale Fenster hier und damit seid ihr eigentlich auch schon durch. Jetzt nach einem Neustart würdet ihr entsprechend diese neue Funktion entdecken können. Ihr müsst euch nämlich nicht mehr anmelden bzw. auswählen, welchen Account ihr wählen wollt und damit ist das ganze Thema eigentlich auch schon erledigt. So viel war es das dann noch erstmal zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, auch über einen Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao! Bis zum nächsten Mal.